hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück bei nick frei zockt fifa 13 wir sind nick frei der zentrale offensiver mittelfeldspieler der starke 69 und wir befinden uns mitten in der saison sind verliehen an innsbruck unser stammverein ist mainz 05 und wir versuchen hier ja uns durchzusetzen auf der schwierigkeit mittlerweile profi ja also man muss dazu sagen ups a jetzt war mal ein bisschen schnell auf profi mittlerweile ich muss echt dazu sagen ich habe mich ziemlich schnell aus amateur und halb profi hochgearbeitet amateur schon vor dem let's play und halb profi dann ja noch vor folge zehn also das ging relativ flott das spiel ist jetzt nicht allzu schwer zu beherrschen wenn man versucht nicht versucht hier alle möglichen tricks zu kennen und ich bin begeistert also ich habe vorher nie fifa gezockt weil ich gesagt habe was brauche ich fifa selber spielen ist blöd aber es macht fun ohne ende ihr seht ich bin mittlerweile auch level 14 bedeutet ich spiele auch immer wieder mal zwischendrin meine partie und versuche mich ein bisschen zu verbessern allerdings ich habe kaum zeit dazu und ja deshalb komme ich auch kaum dazu so nick in der partie auswärts gegen sturm graz ja wunderbar bist du heute in der startelf dazu muss ich sagen sturm graz ist der verein wo ich mit meinem offscreen charakter in der zweiten oder dritten saison ausgeliehen war und direkt ja österreichischer landesmeister wurde sozusagen und deshalb ist das für mich noch mal ein besonderes spiel denn ja ich kenne die spieler so was mich dort erwartet so ich würde sagen wir auswärtstrikot nehmen wir und ja das sieht sich schon sehr ähnlich beide auswärtstrikot beide auswärtstrikot erkennen wir besser wo hier die leute sind so heute spielen wir ausnahmsweise mal linkes zentrales mittelfeld und nicht rechtes zentrales mittelfeld egal hauen wir rein so wir spielen natürlich bier pro bedeutet wir spielen nur einen spieler und nicht hier das ganze team und das ist auch das was mir persönlich so am meisten spaß macht muss ich ganz ehrlich sagen und das hier macht mir überhaupt keinen spaß weil ich kann machen was ich will ich weiß prinzipiell wie es geht die betonung liegt auf ja ich weiß prinzipiell wie es geht ja ich weiß nein ach man komm vergiss es ich weiß prinzipiell wie es geht ich habe schon mal alle pässe gespielt aber so einfach ist es dann doch nicht wenn man versucht im let's play schnell zu machen so hier schneit es wohl der platz ist etwas rutschig klitschig wie auch immer und heute dürfen wir mal mit im anstoßkreis stehen und wir haben hier auch einen schönen orangenen ball damit man den auf dem schönen schnee bedeckten boden erkennt so gleich mal hier kleine attacke fahren ja und da hat man uns schon wieder vom ball getrennt spielen wir noch zu genau super da werde ich vom ball getrennt was war denn das ich sag spiel mir ein pass zu und er spielten da kreuz und quer zum gegner ja irgendwo hier unten linkes mittelfeld sind wir ja irgendwo hier unten müsste dann unsere position normalerweise sein und der haut ihn ganz weit raus und der köpft natürlich jetzt hier rüber und der spielten mir zu und da spiel ich ihn wieder rüber und jetzt hier durch und jetzt mal gucken was geht ja eigentlich immer ja linkes zentrales mittelfeld bedeutet ursprünglich dass wir auf der falschen seite hier rum rennen aber das macht wohl wenig und der rutscht aus und haut den ball ja irgendwo da drüben gegen das außennetz so wir sind gespannt wie es weitergeht abstoß hier von unserem keeper und das geht schon wieder in die andere richtung so ein mist so gleich mal helfen hier ein bisschen dicht machen so genau wunderbar schön 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 und jetzt hier ja das war blöd ich wollte eigentlich nach außen spielen kommt geht drauf versucht hier pressing ohne ende so mit dem drauf 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 habe ich jetzt dafür gesorgt dass die eine lücke gerissen haben in der abwehr war vielleicht nicht ganz so gut ja wir müssen hier schon aufpassen denn hier ist von kaiserslautern ausgeliehen sakuta pasu in der startelf und der junge da trifft wenn der die chance bekommt aufs tor zu schießen so schön vom ball getrennt gleich mal nach vorne und jetzt hier gibt ihm alles voll den konter gehen und so schön nach außen jetzt mal gucken ob der eine flanke hinbekommt unser team tut sich einfach schwer hier so den gleich mal in der druck gesetzt ich hoffe es gibt ein schöner fehlpass wunderbar hat gut geklappt schon sind wir wieder in ballbesitz und ab geht es in die andere richtung ich versuche mich immer ein bisschen frei zu laufen um mich als anspielstation hier anbieten zu können so hier auf den wenn er zurückschießt und wäre ich drangekommen hatte ich eine gute position gehabt aber ich bin leider nicht drangekommen und jetzt versuche ich zu köpfen was natürlich auch in die hose geht weil ich kann köpfen nicht was muss ich noch üben jetzt blockieren wir uns hier gegenseitig das ist jetzt dumm gelaufen jetzt muss ich doch leider sprinten auch wenn ich das eigentlich nicht machen wollte mehr wenn es rückwärts geht ich versuche auch in der vorwärtsbewegung weniger zu sprinten weil er hat diese ganze sprintaktionen die ich dann der ganzen zeit gefahren bin die war nicht so förderlich das ist jetzt mal ein schöner pass in die spitze aber das dumme ist und das gibt elf meter und elf meter das ist ja wie soll ich sagen da hatten wir uns irgendwie schon mal so ein bisschen hochgekämpft glaube ich nein haben wir nicht weil er schießt und der ball wird gehalten super hätten sie besser und schießen lassen werden rein gemacht ich weiß nicht glauben offscreen spielstand habe ich mir das recht schon erkämpft dass ich die elf meter schießen wenn die ein bisschen geschickter passen würden ja wieder nicht dran gekommen und jetzt aber jetzt aber jetzt aber um gott wir sind im abseits ist das übel rücken die alle raus wie ich gerade dabei bin rein zu gehen ach Mist das ist zu rutschig hier das ist so schwer hier überhaupt mal zu beschleunigen oder so ja ich wollte schon sagen gut gesehn schiering jetzt mixen die hier schon wieder rum wir halten hier unten mal ein bisschen sakuta paso fest drängeln den mal so ein bisschen weg das ist gar nicht so einfach heute hier unter den bedingungen platz fühlt sich schon ein bisschen anders an der ball fühlt sich auch ein bisschen anders an hey ich habe gesagt tritt zwischen rein so hier jetzt gehts schnelles passspiel und jetzt sind wir wieder im vorwärtsgang und sprinten hier auch mal ein bisschen mit linie torhüter kommt raus ärgerlich so das spielen wir auf den das ist kein ballhalter so nach dem motto also das ist ein stürmer den muss man wahrscheinlich anspielen wenn er vorm tor steht dann hat man gute chancen und da geht es in die halbzeit immer noch 0 zu 0 das ist gar nicht mal so schlecht das war ein sauberer ball den er da gehalten hat und das war unsere chancen führung zu gehen und da verschießt er sozusagen so nichts desto trotz wie sieht es in anderen spielen aus fk austria gegen red bull salzburg 0 zu 0 sv mattersburg 1 gegen sk rapid wien 1 also 1 zu 1 dann der wosberger ac 2 zu 1 gegen admira interessant 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 also wir haben hier wieder einiges in der hand wenn wir denn hier das spiel gewinnen sollten ich meine hier gleich mal kräftig mit so ja der schiri hat gerade noch geschafft aus dem weg zu kommen ja das problem ist einfach die gibt da geht nicht drauf wenn ich hier drückt dass ich hier drauf will guckt euch das mal an wie der da rumtrippelt ja ich will dem zwischen die knochen treten damit wir den ball erobern und ähm ja was war denn das für ein ball man ja ich will dem dazwischen die knochen treten dass wir den ball erobern und ähm ich kann ihm nicht zwischen die knochen treten um den ball zu erobern ja weil er einfach nicht drauf geht meiner so so hatten wir der noch irgendwie berührt nein schade ich habe gedacht ich hätte den eckball rausgeholt aber war wohl nix also diese mannschaft ist im prinzip gar nicht mal so schlecht muss man ganz ehrlich mal sagen also ich übertreibe da ein bisschen mit meinem schimpfen aber es gibt dann doch auch einige situationen wo ich halt aus anderen spielen hier gewohnt bin die auch mittlerweile auf profi stattfinden ähm dass die mannschaft sich nicht ganz so dämlich verhält also so manchmal bin ich hier echt am verzweifeln was die denn hier so für bälle spielen und was die alles nicht sehen also ja hier zum beispiel behauptet der ball das ist schön und dann aus der drehung raus und nochmal hier mal die leute ein bisschen weg blocken und da legt dann sich zu weit vor und schade irgendwie komme ich mir ein bisschen fehl am platz vor auf meiner linken zentralen mittelfeld seite also wie man den ball da so reinhauen kann ist mir echt unverständlich hier gibt es dann auch schon die erste auswechslung köffler geht raus schütz kommt rein ok 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 was war das für ein ball man da muss ich wieder sprinten wo ich gar nicht sprinten will und der gegner hat vielleicht dann ball zu kommen das sind so die momente wo ich dann manchmal denk so warum warum machen die das da im prinzip ist alles frei ich sprinte auch nicht aber ich kriege einen ball gespielt als würde ich sprinten und das war auch mal wieder viel zu langer pass so was gibt das jetzt einwurf für die habe ich also verursacht dass der ball raus geht nein nein wie kann man denn so einen ball spielen haben diese noch alle genau ins zentrum nein was ein glück genau ins zentrum vors tor spielt er den ball ich glaube ich sehe nicht richtig so wir versuchen mal auf unsere position zu kommen so der nimmt ihn an abspieloptionen hatte er genügend was war denn das für ein ball renne ich da hin läuft da einer steht da einer nein ja eigentlich wollte ich den weg drängeln macht man nämlich auch mit der b-taste aber da wir im ballbesitz waren hat dieses drängeln wohl bewirkt dass der abgezogen hat flöd gelaufen ja da tänseln wir vor dem rum aber reingehen tun wir nicht das ist das was ich immer ein bisschen schade finde also ich meine wie kann der denn da zum kopfball gehen das ist aber auch schwer hier also jetzt mal ohne witz die tun sich hier aber auch schwer mit der truppe da sind wir alle im zentrum und dann ist der ball weg rangehen alles zu stellen die stehen da nur in der landschaft rum so ja komm bedrängen doch mal hier das kann doch nicht sein wie die das spiel aufbauen können und keiner geht ran und ja ja da geht saura raus gerson kommt und eckball hier für die es darf nicht wahr sein so da haben wir es geschafft den ball raus zu köpfen wie es aussieht jetzt versuchen wir hier geht doch mal da weg da ja wir gehen auf dem zahnfleisch wir können uns hier nicht befreien und da der sich immer weiter in die predulie läuft keine ahnung warum die verschenken aber auch die chancen hier das ist eine wahre pracht ja gut das war da hat er mal wieder was ausgeführt was er nicht hätte ausführen sollen und ja da erobern wir den ball und da wird schon abgepfiffen und da trennen wir uns 0 zu 0 und das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich denn wir hatten es auf dem fuß vor allem mit dem 11 meter hatten wir es auf dem fuß also das hätte auch besser laufen können naja blöde sache dumm gelaufen so schnee schippen da kriegen wir schwarze handschuhe beweglichkeit haben wir ein plus gemacht weil wir irgendwie viel gerannt sind und so weiter 6,9 die bewertung gar nicht mal so schlecht würde ich sagen für mich auf profi äh pässe haben wir 93 prozent angebracht 2 kampf 75 prozent gewonnen und ähm hm hm ja ein schlechtes stellungsspiel ach wurscht koppball duelle gewonnen zwei verloren und ähm naja wie auch immer wir machen einfach mal weiter wie ging's aus austria gewinnt ach ist ok so schnell kann ich dann doch nicht lesen insbruck steht wieder auf platz 2 kaum sind wir zurück können wir uns langsam wieder hoch kämpfen und das nächste Spiel lautet dann Innsbruck gegen SV Ried das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an wenn es wieder heißt Nick Freizockt FIFA 13 und im Bierpro Biernube, keine Ahnung irgendwas dazwischen Modus und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos macht's gut, bye bye